ich saß hier gerade so und habe mir gedacht so wie soll es denn mit dem streamen weitergehen streamen ist geil ich liebe streamen ich streue mir wirklich für mein leben gern und dann dachte ich mir okay überlegst du mal was du in zukunft zu machen kannst mit den streams und dann fiel mir die zahl 5 ein 5 ist eine gute zahl ich mag die 5 die 5 tut niemandem weh alle lieben die 5 aber was kann mit dieser 5 machen ich werde es euch sagen 5 spiele 5 tage 5 stunden bis nächste woche